Seit über 20 Jahren engagiert sich die Zeitstiftung im Bereich der internationalen Politik. Wir sind dabei einer Anregung von Helmut Schmidt, Manfred Lahnstein und Theo Sommer gefolgt. Aber die Herausforderungen angesichts der globalen Corona-Pandemie sind andere, als sie es noch vor drei oder vier Monaten waren. Wir wollen deshalb mit unseren Global Governance Videoblogs auf die aktuelle Krise Bezug nehmen und uns dabei fragen, wie wirkt sich die Krise global aus? Also es geht nicht darum, wie die Lösungen auf einzelstaatlicher Ebene aussehen, sondern welche Herausforderungen ergeben sich auf globaler Ebene für vielfältige Themen? Wie wird die Weltwirtschaft darauf reagieren und zwar nicht nur jetzt, sondern in den kommenden Monaten und Jahren? Wie wird sich unser Verhältnis zum Klimawandel auswirken? Wie werden wir die globale Ordnung in den nächsten Jahren erleben? Wie wird sich das Verhältnis der einzelnen Staaten zu China ändern? Wie wird überhaupt die Weltgemeinschaft in Zukunft agieren? Das sind alles ungeklärte Fragen und sicherlich werden wir auch im Moment noch nicht alle Antworten haben. Aber wir möchten hier ein Diskussionsforum aufbauen, auch mit kontroversen Ansichten. Auch die einzelnen Beiträge werden sich vielleicht widersprechen. Aber wir haben in über 20 Jahren ein breites globales Netzwerk aufgebaut, vor allem durch die seit 2001 stattfindende Bucerio Summer School on Global Governance und seit 2011 unser Asian Forum on Global Governance. Mit den Beiträgen unserer Experten aus dem globalen Netzwerk der Zeitstiftung möchten wir Ihnen in den kommenden Wochen und Monaten vielfältige Einblicke, Eindrücke und auch unterschiedliche Positionen geben und mit diesem Global Governance Videoblog in einen Dialog mit Ihnen treten. Vielen Dank.